Baust du Möbel in Minecraft immer noch so? Bro, dann löscht dich, ohne Witz. Geh doch lieber zu Fass ist Furniture und such dir hier eine Menge von Möbeln aus. Hier einen Tisch, eine Topfpflanze kann man auch gebrauchen, eine Reiterstatue, okay, und hier ein Sofa, können wir auch gebrauchen. Und jetzt sieht das hier direkt viel gemütlicher aus. Achso, das Ganze geht übrigens ohne Mods. Hä, wie soll sowas denn ohne Mods möglich sein? Das Ganze gibt's auf landania.net, ein kostenloser Minecraft-Server.